Auch online spielst du King's Treasure auf fünf Walzen mit 20 Gewinnlinien und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Stargames kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochspielen. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuch uns auf Casinoverdiener.com